Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von X3 Terran Konflikt. Wie immer schaue ich zuerst zu meinen Händlern, ob alles paletti ist. Das sieht gut aus. Und jetzt muss ich, oder möchte ich, neue Stationen bauen hier. Nicht viele, nur ein bisschen. Damit ich, ähm, das Versorgungsproblem mit den Gahunas in den Griff bekomme. Okay, das sieht gut aus. Dann kommst du da hin. Halt. Halt. Markiere als Ziel. Das macht's einfacher. Okay, Fracht. Brensch. So, die kommt direkt da drunter. Zumindest ist so der Plan. Okay. Geht nicht. Ist was im Weg? Hierher. Das geht. Jawohl, das sieht gut aus. Und jetzt bauen wir noch eine Mega-Joule-Fabrik. Und dann verbinden wir das alles wieder. Jawohl, ja, ja. So, jetzt wird's verbunden. Und dann hoffe ich, dass die Gahunas nicht wieder gleich alle werden. Und dann schicken wir... Und dann schicken wir... ...den Transporter wieder weg. Und jetzt, äh, ist der Plan, dass ich, ähm, mir einen Traktorstrahl kaufe für die Hyperion. In dieser Fertigungseite... In dieser Fertigungseite... In dieser Fertigungseite... Da doch mal an. Sprungantrieb wird geladen. Und dann... ...und dann... ...versuche ich, die Asteroiden hier... ...prozent... ...und... ...sechzig... ...siebzig... ...sechzig... ...achtzig... ...äh... ...etwas näher an die Stationen ranzuziehen, damit ich die dann auch... Damit ich dann die Frachter mir einspare und die Frachter die lasse ich dann einfach wieder handeln. Das wäre ein neuer Universum-Sendler. Ich kann gleich mal gucken was bei meiner anderen Fabrik. Die läuft eh gerade leer, die kann ich erstmal nicht bauen. Da fehlen mir noch die Credits. Erreiche System, die dritte Erlösung. Schiffe in Besitz. Achso, warte mal. Erstmal lösche ich das hier. Heimatbasis löschen. Gelandete Schiffe. Oder sind die im Sektor unterwegs? Hier, da ist er. Frachtenergiezellen. Eingehende Nachricht. Du dockst an. Und du wirst dann als Universum-Sendler ausgerüstet. Kommando akzeptiert. Name ändern. Du wirst, glaube ich... 44? Ne. 42. Achso egal, ich lenne die... So, gelandete Schiffe gibt's hier nicht. Gelandete Schiffe. Der nicht. Name ändern, dann wirst du die 42. Hast du eine Heimatbasis? Nein. Fracht. Energiezellen. Eingehende Nachricht. Docker an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Mehr Schiffe gibt's da gar nicht. Genau. Da ist keins. Da ist keins. Gelandete Schiffe in Besitz. Ähm, ich will Heimatbasis löschen. Okay. Um dich kümmere ich mich gleich. Okay, jetzt docken wir erstmal hier an. Traktor-Strahl-Fertigungsanlage. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen des Priester. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So, und jetzt fliege ich wieder zurück. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Und dann werde ich, ähm, gucken ob ich die Asteroiden ein wenig in die Richtung der Fabrik, äh, des Komplexes geschoben oder gezogen bekomme. Meine Kamera sieht komisch aus. Moment. Moment. Sprungantrieb wird geladen. Moment. Moment. So ist das auch. 60, 70, 80, 90, initiere Sprung. Jetzt ist das besser. So, als allererstes muss ich den Traktor-Strahl erstmal installieren. Als Waffe. Erreiche System Profitminen. Traktor-Strahl installiert. Da ist er. Okay, und ich muss, ich möchte erstmal zur Erzmine. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Gelandete Schiffe halt. Schiffe in Besitz. Heimatbasis löschen. Eingehende Nachricht. Okay. Sind hier noch irgendwelche unterwegs? Der Merkur ist die neuste Errungenschaft der argonischen Handelsflotte. Eingehende Nachricht. Ziel Eigenversorgung. Der Merkur ist die neuste Errungenschaft der... Der Merkur ist die ne... Okay. Und jetzt schauen wir mal. Fracht. Name ändern drüber. Halt. Okay. Das ist 42. Okay. Jetzt muss ich gucken auf meine schlaue Tabelle, wo ich euch denn handeln lasse. Okay. Oh, ich glaube ich habe gar keinen Sektor mehr frei. Okay, dann muss ich erst Sektoren wieder erforschen. Wo ich euch hinschicke. Das mache ich dann als nächstes. So, ich habe jetzt 41. So, du bist... Hast du noch ne Heimatbasis? Du auch nicht. Dann wirst du... Was habe ich wieder vergessen? 41. 2... 43. 43. 4. 4. 45. 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 Ich muss schon mal gucken, wie das funktionieren soll. Okay, bevor ich das mache, rufe ich noch mal zur Nachricht. Okay, jetzt speichere ich erst mal ab, zur Sicherheit. Ich glaube, jetzt muss ich einmal drauf schießen. Und jetzt kann ich das Ding hier drehen. Wo ist mein Komplex? Wo ist mein Komplex? Da müsste doch da oben irgendwo sein. Da hinten. Okay, wir müssen mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ich glaube, in 80 darf ich noch fliegen. Mach schneller geht es doch gar nicht. So, ich werde mich nach rechts hier fliegen. Eingehende Nachricht. Ich habe eh gerade keine Sektoren frei für euch, Jungs. So, wie sieht denn das jetzt aus hier? Okay. Der kommt hinterher. Okay. Halt, das wollte ich machen. Wo schiebe ich denn dich hin? Am besten da hin, wa? Bin ich jetzt noch weg, aber elendig weit weg. Okay. Hehehe, cool. Okay, ein bisschen Abstand zu den anderen Asteroiden lassen. Ich speichere nochmal ab. Und gucke nebenbei zu meinen Händlern. Genau, den Atmosphärenransporter. Eingehende Nachricht. Handel. Du kaufst mal noch. Navigation. Gehe zur Position. Weil du sollst natürlich nachher... Ähm, das Zeug auch kommen. Kommando akzeptiert. Okay. Händler. Wenn ja einer fertig wird... Warte mal, habe ich jetzt... Warte mal. Äh, drei Welten. Eingehende Nachricht. Drei Welten. Habe ich da jemanden? Ja. Familie Zain. Habe ich gemacht. Tarkas Stern. Ist auch jemand unterwegs. G's Hinterhalt. Ist auch jemand. Omikron Lyree. G's 아까. Auch. Grüne Schuppe. Imperialer Grenzbezirk. Das sind sogar zwei. Grüne Schuppe ist einer. Freas Rückzug. Ah, überall sind schon Leute unterwegs. Kann ich gerade nix machen. So, da Atmosphärentransporter ist hier. Halt, Kommandokonsole. Kommando abbrechen. Fracht, kannst du das jetzt schon bauen? Nee. Noch nicht nah genug dran. Ich speichere mal ab. Bevor hier was schief geht. Nicht, dass ich hier irgendwo gegenknalle und dass da ein Ding kaputt ist. Nur gut, dass ich vorher abgespeichert hab. Nur gut, dass ich vorher abgespeichert hab. Also muss ich hier irgendwie größeren Bogen fliegen. Ich weiß halt nicht, wie ich das mache, dass ich sehe, wo das Ding vorbeifliegt. Vielleicht eine andere Ansicht nehmen. Ich glaube, ich werde da erstmal den Traktorstrahl. abkoppeln. Mal sehen, wie das geht. Okay. Es müsste abgekoppelt sein. So. Wo bist du jetzt hängen geblieben hier? Hier ist da gar nichts. Hier ist doch gar nichts. Was? Der da? Nee. Ich versuch's mal in die Richtung. Das scheint besser zu klappen. Aber ich glaube, ich muss immer noch näher ran. Da ist wieder einer. So. Jetzt probieren wir's nochmal. Geht immer noch nicht. Da oben ist mein Kontrollzentrum. Da muss ich vielleicht in diese Richtung fliegen. nochmal. Da muss ich erst abkoppeln. Kann auch sein. Nein. Hier ist noch nicht nah genug dran. Ne. Ist noch nicht nah genug dran. Das müsste ich doch eigentlich nah genug sein, oder? Hier ist doch alles. Da hinten ist das Kontrollzentrum. Fracht. Immer noch nicht. Dann fliege ich mal in diese Richtung. Speichern. Das ist ja komplizierter, wie ich dachte. Aber irgendwann werde ich's schon hinkriegen. Das müsste eigentlich schon gehen. Denke ich mal. Abkoppeln. Jawoll. Abkoppeln. Okay. Und jetzt müsste es... Das Kontrollzentrum. Das Kontrollzentrum eines Komplexes regelt die Energie- und Warenverteilung innerhalb einer solchen großen Produktionsanlage. Außerdem wäre das sie eine Kommandozentrale sowie die Andockmöglichkeiten für ankommende Frachter. Und jetzt brauche ich noch Siliziumscheiben. Okay, dann fliege ich zur... Ach, erstmal abspeichern. Wie viel abspeichern habe ich eigentlich noch? Pilotenstatus. 477. Das sollte reichen. Ah, da oben bist du. Okay. Dann fliege ich jetzt zu dir. Und mach das gleiche. Was machen die Händler? Kann immer noch keinen befördern. Aber hier habe ich ein paar Kandidaten, die werden... Oh, ihr Erzgürtel, der ist schon lange unterwegs. Passiert nicht viel. Es dauert eine ganze Ecke. Was? Es wurden 42 Händler gefunden. Es müssten aber 43 sein. Also ist mir einer kaputt gegangen. Ist mir einer kaputt gegangen. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 10, 11, 10. 37 fehlt dann wirst du halt die 37 entweder hab ich den vergessen oder es hat nur mal einen zerstört so ok geben wir ein bisschen gas hier ist noch zu weit weg immer noch zu weit weg ich kann doch gleich mal ausprobieren wie weit ich nahe ich ran muss halt langsamer jetzt hab ich dich da will ich hin erstmal wieder abspeichern ich glaube ich schreibe mal ein bisschen hier rüber also ok der ist ja ähm ich bleibe erstmal stehen nicht dass ich hier meine frachtorte kille ok ich mache obwohl ich kann auch ein bisschen machen ein bisschen kann ich noch die frachter schicken wir mal weg obwohl da passiert jetzt nichts mehr wir machen das ich mache das jetzt offline fertig und ihr seht nachher das fertige ergebnis ich bedanke mich recht herzlich für zuschauen ach ein was hätte ich noch ihr könntet mir mal ein tipp geben wer wer da ahnung hat und zwar wollte ich euch fragen hätte ich mir mal lieber aufgeschrieben genau ich habe vor mir hier in diesem sektor hier ein ähm na wie heißt das ding so eine große station hinzubauen ach hier die gibt es hier unten und zwar ein hauptquartier das hier wollte ich mal kaufen das kostet glaube ich ich glaube 180 Millionen oder was ihr könntet mir mal sagen ob das gut ist oder ob es da eine bessere alternative gibt und wie ich es schaffe dass ich dann an diesem meinem hauptquartier alle meine schiffe weil der plan ist im endeffekt dass ich in meinem hauptquartier die zukünftigen händler selber baue und dann dort auch ausrüste also ich möchte gerne die die händler dann dort mit der handelssoftware mk3 und laderaumerweiterung und den ganzen kram würde ich dort gerne selber ausstatten ohne dass die irgendwo anders andocken müssen vielleicht habt ihr dafür eine lösung könnt ihr gerne in die kommentare schreiben würdet ihr mir sehr helfen ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für eure netten kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dann machts gut tschau 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 tschau